Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute gibt es ein zweites Tutorial und ja, ich wollte zeigen, wie man und wo man Darktable für Windows 10 herunterladen kann und es sich natürlich dann installieren kann mit einer Echse logischerweise unter Windows 10. Ich gebe zu, ich bin bei meiner Frau am Windows 10 Rechner gewesen, wollte einen Screencast machen, habe den auch gemacht. Leider, muss ich ehrlich zugeben, habe ich das versaut, weil ich kann mit Windows 10 nicht mehr arbeiten. Klingt für die Windows Leute komisch, es ist aber so, ich habe mich nicht mehr zurecht gefunden nach zwölf Jahren Linux mittlerweile bestimmt und deswegen versuche ich jetzt auf diesem Wege. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber dennoch. Also, ihr startet unter Windows den Browser eurer Wahl, so wie ich das jetzt hier unter Linux auch mache und gebe hier ein Darktable für Windows. Und wenn ihr das in eurer Suchmaske abgedrückt habt, sozusagen über die Enter-Taste oder über Los, wie auch immer, kommt ihr tatsächlich zu der Darktable-Seite install Darktable, darktable.org install und tatsächlich bieten hier mittlerweile die Darktable Leute tatsächlich eine letzte Version. Hier steht Download the latest Windows Installer for Darktable. Wenn ihr das, wenn ihr den herunterladet auf euer Windows, dann könnt ihr in deutscher Sprache, also nicht in Englisch oder sonst was, sondern in deutscher Sprache die letzte stabile Version von Darktable bei euch auf euren Rechner bringen. Ja, und zwar Darktable 2.4.0 müsste das mittlerweile sein. Ja, wenn ich jetzt hier hingebe, gehe und klicke da drauf, dann sagt er mir hier Darktable 2.4.0 Windows 64 Exe. Ne, das gibt es nur in 64 Bit, aber ist nun mal so. Ne, die 32 Bit Systeme sterben auch aus. Gibt es ja kaum noch. Ne, wenn ihr hier drauf klickt. Ihr habt es gesehen. Und dann könnt ihr euch das herunterladen und einfach, wie ihr das gewohnt seid, mit eurem Installer, rechter Maustaste, was weiß ich, wie ihr das macht, öffnen oder keine Ahnung, könnt ihr euch das hier dann auf eurem Rechner installieren. Und ich habe ja schon hier auf meinem Kanal einige Darktable-Tutorials gemacht. Also für Leute, die mit Lightroom nicht mehr arbeiten wollen, es gibt mittlerweile einige, viele schöne Tutorials hier auf YouTube. Und wenn ihr da eingebt, Darktable, und dann kommt eine ganze Liste voll. Und ja, das ist ein ganz wunderbares Programm. Ihr könnt es, ja, wie gesagt, nutzen, ausprobieren und eure Rohdaten, äh, ja, Bilder damit bearbeiten. Microsoft Windows kann jetzt Darktable, Darktable 2.4.0, 64 Bit, ja. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Und ja, ladet es euch doch herunter. Es ist Open Source, ist kostenlos. Ein besseres Rohdatenverarbeitungsprogramm werdet ihr nicht finden. Auf dem Markt gibt nichts Besseres. Und ihr müsst keinen Lightroom mieten und was weiß der Kuckuck was. Ihr könnt eure, äh, eure Bilder genauso gut, eure Rohdaten, äh, Fotos mit Darktable bearbeiten. Herzlichen Dank fürs Schauen. Gleich kommt der Abspann hier. Dann kommt das Kanal-Symbol. Wer da draufklickt, kann diesen Kanal abonnieren. Den Link zum Download, den gebe ich auch noch in die Beschreibung des Videos mit hinein. Also einfach hier auf Windows klicken und dann the latest Windows Installer for Darktable. Okay. Herzlichen Dank nochmal wir schauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.